Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die ablehnende Haltung des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg gegen Hilfe der Bundeswehr zur Nachverfolgung von Kontakten bei Corona-Infizierten kritisiert. Das berge die Gefahr, eine Verschärfung der Lage für ganz Berlin zu riskieren, sagte die CDU-Chefin dem Tagesspiegel. Mir fehlt jedes Verständnis, dass Rot-Rot-Grün es eher riskiert, dass es rasant steigende Infektionen gibt, dass Infektionsketten nicht mehr nachverfolgt oder nicht eingedämmt werden können, als sich von der Bundeswehr helfen zu lassen, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie sieht ideologische Gründe, überall sonst werde die Hilfe der Soldatinnen und Soldaten dankbar angenommen. Untertitelung des ZDF, 2020